Das ist der Volk Deutschlands. Strahlende Sieger und Hans-Walker Landrat vom Landkreis Gorde. Er darf die Trophäe überreichen an die Laufsieger. Unser Glückwunsch an Christian Engelhard und Nick Tendi. Roland von Keit, Brandmanager von Flauphauer Germany. Er überreicht die Trophäe an die Zweitplatzierte. Herzlichen Glückwunsch, Sebastian Asch und Maximilian Maxi-Egel. Wolfgang Süchern, der Sportleiter von Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, überreicht die Trophäe an die Drittplatzierten. Diego Alessi und Daniel Kahn. So darf Roland von Keit noch einmal seines Amtes warten, der Brandmanager von Flauphauer Germany. Für das erfolgreiche Team, herzlichen Glückwunsch, Schütz Motorsport. Team Geier bei dem EDV-Unternehmensberatung, das Team, so stehen Sie hier oben. Und, meine Herren, es wird eine feuchtfröhliche Angelegenheit werden, denn ihr dürft bitte an die Flaschen. Auf geht's, lasst den Sechsen-Sprügeln fließen. Jetzt haben Sie also alle feuchtfröhlichen Momente auf Ihrer Seite. Das also der zweite Wertungslauf des Sportjahres 2012. Der Saisonauftakt hier in der Motorsport Arena Ossersleben. Hochspannung Uhr, Motorsport von der feinsten Sorte. Wir freuen uns auf den nächsten Aufschlag in vier Wochen in den Niederlanden. In Zandvoort bei der Premiere- und Tarensstrecke an der Nordseeküste in den Niederlanden. Werden wir dann als nächstes mit dieser Rennserie aufschlagen. Sollten Sie nicht mit dabei sein können, liebe Zuschauer, denken Sie bitte dran. Samstag und Sonntag, jeweils ab 12.15 Uhr, live auf Kabel 1, die Übertragung, die wir wärmstens dann ans Herz legen dürfen.